Hey und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal wieder eine Folge der Minecraft Lifehacks. Ich werde dir wieder ein paar Sachen vorstellen, die ich unter dem letzten Video gefunden habe, mit Einblendung der Kommentare. Das heißt, dasselbe gilt auch für dieses Mal. Falls ihr einen guten Lifehack wisst in Minecraft, schreibt die in Form eines Kommentars unter dieses Video. Bewertet Dinge, die ihr seht, einen Daumen nach oben. Das soll ich mir dann das heraussuchen und im nächsten Video kommt ihr dann eventuell dran. Guckt aber vielleicht mal vorhin die Playlist. Ich habe dafür so eine Playlist gemacht, vielen anderen Videos. Nicht, dass Sachen doppelt kommen, die nehme ich dann nicht nochmal dran. Okay, legen wir los. Gleich kommt das Intro. Eine kleine Erinnerung nur noch. Falls du neu auf einem Kanal bist, mich noch nicht kennst, hey, würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, weil es gibt jeden Tag interessante Geschichten, interessante Projekte und auch sonst regelmäßig interessante Minecraft-Videos, sei es was Technisches oder sowas wie Lifehacks. Gut, weißt du Bescheid. Nicht vergessen. Und jetzt geht's los. Okay, legen wir los. Die erste Sache ist von Dan. Er schreibt, wenn man sich in Minecraft schnell fortbewegen will, kann man mit einem Boot über Eis am besten Blue-Eis fahren oder mit Delfinen und Depth-Strider tauchen wie in Aqua. Ja, die eine oder andere Sache habe ich schon bei fünf Dingen in Minecraft drin gehabt, die du noch nicht wusstest, das ist wahrscheinlich, aber das ist trotzdem ein anderes Format. Das heißt, jemand, der auf YouTube Lifehacks sucht, der hat vielleicht das andere Video nicht gesehen, deswegen kann es sein, dass hier manche Sachen doppelt vorkommen. Wie zum Beispiel auch das mit den Delfinen und Ähnlichem. Kommen wir mal zum Blue-Eis. Blue-Eis. Das ist ein anderes Gerät, gibt es seit neuestem halt in Eisberg-Biomen in der Art. Und ich würde einfach mal einen kleinen Test machen, beziehungsweise hier einfach mal so einen Block entlang ziehen und dann testweise drüber fahren, zu reinen Demonstrationszwecken. Und ihr werdet sehen, das geht ziemlich fix. Ich befürchte nur, ich falle hier runter, weil ich nicht so gut dort steuern kann. Ich hoffe mal, das klappt einigermaßen auf einem Boot. Hallo? B-O-A. Wahrscheinlich bin ich nicht richtig geklickt. So, draufsetzen und wir gucken mal, ob das richtig klappt. Ich werde mal versuchen, so gut wie möglich dort anzupeilen und... Ja, 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 ja. Oh, das ging schnell. Okay, ich bin sogar draufgeblieben. Wunderbar. Ich denke mal, das ist ausreichend für eine Demonstration. Das geht super, super schnell. Als zweiten Punkt die Sache mit Depth Strider und Delfinen. Wenn ich einmal Schuhe habe, also Boots und dort mal Depth Strider drauf mache mit Slash Enchant Depth Strider 3 und das Ganze anziehe und dann einen Delfin in der Nähe habe, Dolphin, dann bekommt man den Effekt Dolphins Grace und so kann man auch im Wasser sich schnell fortbewegen. Wenn ich nämlich jetzt in den Schwimm-Modus übergehe und dann warte, muss ich in den Creative Mode rausgehen. So, als da in den Schwimm-Modus übergehe, dann macht der Dolphin's Grace vielleicht einen super schnell, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, yes. Ich kann theoretisch auch im Spawn einfach die ganze Delfine spawnen. Und wenn ich die Delfine spawne, dann in dem Moment kriege ich halt auch wieder den Delfin-Boost. Und das ist so abartig schnell. Und das passiert gerade eigentlich auch im Survival Mode, ne? Das war die ganz normale Schwimmgeschwindigkeit und kein Flug, weil man hat gesehen, ich hatte die Schwimmanimation und lag flach im Wasser. Habe ich auch schon im Survival Mode tatsächlich gemacht, um schneller von A nach B zu schwimmen. Man ist abartig fix. Auf jeden Fall ausprobieren, das ist ein super Tipp. Dann die nächste Sache ist von Sparrowlord. Er schreibt, mag man plötzlich in der Licht speichern, das ist unter Wasser recht nützlich. Also einfach eine Fackel neben den Block setzen und der Block speichert das Licht. Das habe ich schon mal in 5 Days in Minecraft gezeigt. Wie gesagt, um coole Fakten zu schauen, auch da gerne mal abgucken, aber das ist jetzt so ein Parallelformat hier. Und ich habe hier gerade meinen Marken-Block ganz normal platziert und wie ihr seht, es ist einigermaßen normal dunkel, sage ich jetzt mal. Nichts Besonderes. Setze ich ganz kurz eine Fackel daneben, dann wird diese zerstört, weil du kannst unter Wasser ja keine Fackel platzieren. Zack. Aber ihr seht, der Block ist jetzt viel, viel heller, da er das Licht gespeichert hat der naheliegenden Lichtquelle. Also A ist ein cooles Feature, aber hat natürlich auch einiges für Live-Sex-Gutes zu tun. Du kannst unter Wasser mehr oder weniger ausleuchten damit. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob die Drowned dann nicht spawnen in solchen Gebieten, wo ein leuchtender Magma-Block ist. Das habe ich nicht getestet vorher. Ich hatte gedacht, ich spawne so oder so im Wasser. Ich weiß nicht, ob auch das Beleuchtungslevel des Wassers dabei was ausmacht. Aber das ist schon echt cool. Dunkel, Fackel daneben, zack, hell gemacht. Wunderbar. Und das Lichtlevel müsste ich jetzt hier, wenn ich hier stehe, Lightlevel, Lightlevel 10 müsste ich haben. Hier habe ich 11, 10, weil der, wie gesagt, das Lichtlevel Speicher, was hier einmal um die Ecke nach unten geht. Okay. Ja, echt cool. Weiter geht's. Denn die nächste Sache ist von No Name. Er schreibt, wenn du einen Enderman angreifen willst, solltest du einfach in einen Fluss gehen oder dich in einen Wassereimer setzen, da Endermänner sich nicht ins Wasser teleportieren können. So kann man sie ohne Gefahr töten. Richtig, wenn ein Enderman nämlich, ups, ich wollte schon mal sagen, Enderman, wenn ein Enderman nicht in Wasser berührt wird, dann teleportiert er sich weg. Er nimmt ein Wasserschaden. Auch Regen ist für sie schädlich. Ihr habt gesehen, der wird kurz rot und pohrt er sich instand raus. Wenn man dementsprechend ein Wasser im Ohr unter sich platziert und sich genau in die Mitte stellt, dann kann der Enderman nicht an dich rankommen. Nützlich fürs Ende unter anderem, wenn man gerade zufällig mal ein paar Enderman angeguckt hat. Das ist nämlich sehr doof. Immer. Ich persönlich habe auch noch einen anderen Trick, um mich vor Endermännern zu schützen, damit diese nicht mich klatschen, wenn ich sie angreife. Ich gehe mal hin und baue eine kleine Plattform aus Erd oder ähnlichen Blöcken. Würde ich gerade einfach mal machen, so. Und zwar zwei Block hoch, also zwei Block Luft und dann oben drüber einmal die Erdplattform. Gehe ich jetzt in den Game Mode 0. Beziehungsweise Survival, ich bin in der neuen Version. Und gucke die Enderman an, mache die alle aggressiv auf mich. Wie ihr seht, ich kriege keinen Schaden, weil diese Enderman nämlich drei Block hoch sind und nicht zu mir. Laufen können, sie werden nämlich von der Plattform abgehalten. Das ist absolut günstig und du kannst stehen, ja, und Enderman for free und Enderman for free farmen. Eigentlich eine mega coole Angelegenheit, finde ich. Ja. Ähm, gut, machen wir weiter mit der nächsten Sache. Die nächste Sache ist von FoxNation. Er schreibt, Lifehack, wenn man am Ende rumrennt, sollte man einen Kürbis aufsetzen oder das Ende mit Wasser fluten. Das wäre nochmal eine Sache. Ähm, oh nein, oh, oh lau, die haben einen Block geklaut oben raus, weil es Erde war. Äh, ja, jetzt kommt es natürlich von vornherein. Creative. Das ist natürlich eine andere Sache. Wenn sie einen Block klauen, habt ihr ein Problem. Oder habe ich ein Problem? Ja, zwei Leute haben einen Block geklaut. Egal, bis zum Klatschen sollte es reichen. Ähm, ja, Pumpkin verhindert, wenn ihr den anzieht, habt ihr ein Kürbisgesicht. Und das verhindert, dass ein, ähm, Enderman euch angreift, beziehungsweise aggressiv wird. Ihr könnt in sein Gesicht gucken, Survival-Mode, und er wird euch nicht angreifen. Müsste jetzt auch eigentlich schon passiert sein, als ich hier, ähm, wieder in Creative-Mode gewechselt bin, haben die, die ihre, mich als Ziel verloren. Jetzt könnt ihr hingehen, angucken, hallo, Andy, und nix passiert. Also, du bist praktisch geschützt, weil er dein Gesicht nicht sehen kann. So kann man jetzt hier drum laufen und muss nicht unter Gefahr gehen, überhaupt von Enderman eingriffen zu werden. Kleiner Lifehack auch nochmal hinterher. Man kann auch einfach in die F5-Perspektive gehen. Dann hat man nicht dieses komische Gesicht vorne mit drin. Und das ist, denke ich mal, ganz praktisch oder so. Oder man geht einfach in F1. So kann man auch in der First-Person-Ansicht, ähm, sich gut bewegen. Und, ja, man sieht auch nur die Leiste und die Hand unten nicht. Aber das ist schon praktisch. Dann die nächste Sache ist mir gerade noch eingefallen. Und zwar, ähm, eine kleine Abkürzung, die ich auch immer bei mir benutze. Ich weiß nicht, ich mache das schon intuitiv. Ich denke da teilweise gar nicht mehr dran. Aber, wie man im Creative-Mode etwas schneller fliegen kann. Und zwar, das ist ja sozusagen die Max-Speed. Ich habe auch nochmal so, fliegt man. Da ist ja noch ein bisschen gesprintet. Da ist man gefühlt immer ein bisschen schneller. Oder man ist auch schneller unterwegs. Aber man kann das nochmals verschnellern. Ich mache das hier jetzt mal folgendermaßen. Ich drücke F3 plus N und gehe in den Spectator-Mode damit. Und jetzt kann man das Mausrad im Spectator-Mode drehen. Und wenn man es nach vorne dreht, dann erhöht sich auch die Geschwindigkeit, mit der man fliegen kann. Und der Spectator-Mode hat andere Grenzen als der normale Creative-Mode. Man kann damit wesentlich schneller fliegen, wie ihr das hier sehen könnt. Jetzt ist das gerade gegangen. Es gab ja mal ein Flight-Mod oder so. Da kannst du auch die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell du fliegen willst. Aber das war im normalen Minecraft nie drin. Und jetzt habe ich hier eine Möglichkeit, so schnell das hier alles abhakt, im Spectator-Mode zu fliegen. Einfach mal ein Mausrad, dann nach vorne drehen, so weit oder so, so oft du kannst. Bist du in einem gewissen Grenzberg, dann geht es nicht mehr weiter. Aber du bist damit viel, viel schneller als im Creative-Mode. Und die letzte Sache für heute ist eine interessante Geschichte. Nämlich, wie kann man Mobs oder andere Sachen durch Wände besser orten? Beispielsweise, du gehst in eine Höhle rein. und du hörst Geräusche und du weißt halt jetzt nicht, okay, wo genau kommen die Geräusche her? Wo muss ich mich entlang graben? Wo geht vielleicht die Höhle weiter oder so? Und dann kann man einfach Folgendes machen. Wir gehen in die Options und dann auf die Music and Sounds. Und dann kannst du auf Show Subtitles, also auf On klicken. Und dann bekommt man Untertitel von Geräuschen, die passieren. Also jetzt habe ich hier gerade Schritte. Die sind gerade von mir selbst. Waterflows, rechte Seite. Bin ich gerade richtig hier? Waterflows. Minecraft Rolls, rechte Seite. Waterflows. Irgendwo kam das hier gerade. Also meistens also, wenn man ein Zombie beispielsweise hört, dass man den eigentlich lokalisieren kann. Entweder rechts oder links. Wenn das so ein bisschen nach rechts und links hin und her schwankt, das ist eine andere Geschichte. Okay, hier unten gibt es schon mal kein Water. Irgendwo hier muss Water sein. Minecart Broken Block Broken. Manchmal sind eigentlich Geräusche auch ein bisschen weird angezeigt. Das heißt, ich kann oftmals nicht entscheiden, wie jetzt Minecraft Rolls. Das heißt nur, dass ein Minecraft da ist. Und wenn Block zerstört wird, das passiert quasi nicht so einfach. Ich kann mal Spectator durchgucken und irgendwo hier unten Minecraft Rolls. Minecraft Rolls heißt immer, dass ein Minenschacht in der Nähe ist. Und deswegen wusste ich, okay, Minenschacht hier. Weil ansonsten gibt es ja keine Minecarts. Deswegen kann man nach unten gehen und wir haben einen Minenschacht gefunden. Also, wenn ihr generell Minenschacht sucht, was ich unter anderem auch schon gemacht hatte in Minecraft Mage war das damals, da hatte ich nämlich das Problem, dass ich Minenschächte gesucht habe zum... Da gab es eine Schleimperle drin, die man nur aus diesen Minenschachten oder Minenschachtkisten bekommen hätte. Und dann bin ich einfach über die Welt hier drüber gelaufen. So, bis irgendwo Minecraft Rolls steht. Und dann habe ich auch unter anderem von oben nach unten so ein kleines bisschen X-Ray-mäßig gucken können. Okay, Minecraft Rolls, es muss ein Minenschacht in der Nähe sein. Hier kommt kein Minecraft Rolls, weil kein Minenschacht in der Nähe ist. Hier kommen nur die normalen Footsteps. So kann man das halt auch lokalisieren. Also, das wäre eine Möglichkeit. Oder halt, wie gesagt, ob sich Mobs auf der rechten oder linken Seite befinden. Jetzt gerade habe ich halt hier insbesondere Stock... äh, Door Creeks. Aha. Bin ich vorbeigefahren. Denn, ähm, ein Dorfboden ist gerade irgendwo reingegangen. Unvillager, Mumbles und sowas. Also, es wird alles angezeigt mit Richtung und das ist cool. Ich hoffe mal, das konnte euch ein wenig helfen. Ich schalte das auch wieder aus, weil ich das normalerweise nicht benutze. Ups. In den Musical-Sounds hier. Denn, äh, ist halt so ein kleiner Spezial-Tipp. So ein bisschen Schummeln ist es für jemanden, der halt hören kann. Aber, naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut doch mal in die Playlist rein. Da gibt es jede Menge, ähm, andere Lifehacks noch. Das müsste das achte Video sein. Und, ähm, lohnt sich also, wenn ihr das Video gemocht habt. Dann mögt ihr vielleicht auch die anderen. Schreibt ansonsten noch gute Dinge rein. Vielleicht kommen sie nächstes Mal dran. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, das Krachen. Und tschüss. Bis dann, das Krachen. 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 Bis dann, das Krachen.